Mein neues, etwas kleineres 50 Liter Aquarium, weil das 60 Liter Aquarium, was vorher dort gestanden hat, leider etwas umdicht geworden ist. Und jetzt habe ich gestern dieses aufgebaut. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das Ergebnis angucke, bin ich sehr zufrieden. Ich meine, bei so einem kleinen Aquarium geht das zwar ziemlich schnell, aber wie ihr seht, schwimmen da ja jede Menge kleiner Lütter Fische rum. Ja, und die dann alle zu kriegen, das war gar nicht so einfach. Ja, und ich freue mich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so gucke, dass da alle putzmunter sind. Ja, dann hat ja alles gut geklappt. Und das Aquarium macht einen guten Eindruck. Es ist ein richtig schöner kleiner Hingucker, der Filter läuft. Und jetzt hat, weil ich habe ja das Filtermaterial drin gelassen, hat das Wasser auch gleich wieder die nötigen Bakterien, weil die sind natürlich jetzt durch den Filter auch im Aquarium wieder verteilt worden. Ja, Pflanzen sind, habe ich ja hier schon genügend drin. Die wachsen ja, das sah ja alles mal viel niedriger aus. Das hat sich schon gut entwickelt. Ja, das war's.